herrlich Willkommen zum Let's Play Planet 2 ähm dies ist mein allererstes Let's Play und ich bin aufgeregt ähm ja und dann werde ich mal die geilsten warum gibt es so wenig Server äh hallo ähm äh äh na nehmt den ich hab schon einen Account also naa Level 9 kann man nicht gerade mit dazu zählen ähm aber ja ich bin schon ein bisschen eingespielt gut bin ich nicht so krass aber das Spiel macht mir an sich Spaß ähm ihr könnt ruhig mit mir zusammen spielen als Abonnenten äh mit Abonnenten spielen wenn ihr Lust habt oder das Spiel überhaupt habt dann könnt ihr ja ruhig mit mir spielen und irgendwie geht dann Namen nicht ähm nenne ich mich mal so ähm ähm um überspringen ja fertig ja ich spiel auf dem Server Ceres glaube ich als neues Konglomerent auch meiner Lieblingsmerz äh ähm ja ihr wisst auf welchen Server spielen ihr könnt ruhig mit mir spielen und Freundschaftsantragen schicken in äh Kommentare schreiben wie ich jetzt nochmal heiße müsste man aber eigentlich wissen nach einer Zeit und ja ich könnte das Spiel auch bald also mit ein paar Freunden äh als Together machen dass meine Freunde Gäste sind und ich bin halt der der aufnimmt damit ich nicht ganz alleine bin weil alleine kann schnell langweilig werden und ja als Abonnenten könnt ihr auch irgendwann auf unseren TeamSpeak Server rauf wenn ihr danach fragt muss ich noch mit dem Kumpel reden ob ihr die IP auch haben dürft aber was eigentlich selbstverständlich sein müsste und dann könnt ihr auch mit uns reden wenn ihr wollt und ja würde das erste Zeit zwei gespielt was eigentlich das geilste free to play spiel ist einfach mal ja wisst und joa ja es war echt lange aber naja wenn schon dann schon ok ich schmeiß mich gleich weg wenn er bei 98% sich aufhängt schmeiß ich mich weg ja es ist noch so zu erzählen oh ne come on boah du schatz wie du gleich spielst lass doch mal na komm schon uuuhh fertig geladen was ist da los wow 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 okay 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 hat sich die Grafik verschlechtert? bei 2002 nicht besser m um wo werden Ja, schwere Angreifseinheit würde ich mal gerne nehmen. Äh. Ja, ich will nicht leichter Angreifseinheit sein. Okay, ich muss den Server laden lassen. Okay. Ein paar Einstellungen ändern, so lange Grafen. Okay, ich muss ihn laden lassen. Ja. Oh, ein Moment, dann kommt es wieder. Da bin ich wieder. Äh, hatte ich das Server jetzt. Ja, hat er, geil. Ähm. Hm, ja. So. Oh. Habe ich Attachments. Sieht nicht danach aus. Oh, jetzt weiß ich, ich weiß jetzt schon noch, was ich spare. Okay, nice. Okay, die Sachen sind immer auch gleich. Ja, ich bin konkurrent und so weiter. Es gibt ja drei Fraktionen in den Spiel. Äh, Wano, äh, das rote weiß ich gerade nicht. Und, das neue Konkurrent, was ich bin. Also auch eigentlich die Stärksten sind. Und, äh, da, das ist, wenn man Sniper spielen muss man mit den Blauen. Ähm, äh, sie machen mit einer Sniper One-Shot. Äh, Wano und die Roten, die sind eher so welche für die Noobs. Weil die Sniper dort ist halt ein Sniper, da braucht man ewig, um ein zu kümmern, weil das einfach eine, die nicht auf den Kopf, äh, One-Shot, ne? Ja. Oh, sorry. Das ist ein Gegner. Fuck. Ah, das halt nicht danach aus, dass, dass das ein Gegner ist. Okay. Ähm. So. Ähm. Ja. Schwerer Angriffsanhalt. Schwerer Angriffsanhalt. Ah, super gespawned. Na ja, gleich am Anfang schon mal ein Kill. Okay. Akzeptiere ich mal. Äh, wir werden gewinnen, keine Angst. Weint man nicht. Schwerer Angriffsanhalt. Schwerer Angriffsanhalt. Öff! Wir haben die Einrichtung erfolgreich verteidigt. Wo es geht da ab wie sonst was hier. Ähm. Die könnte mir ja auch eine Kommentare schreiben, was Eure Liebeschани also benötigt ist. Prozent und so was eure Lieblings und soll ich sagen Planete was für die Scheiße an und da ich mich aber umgebrochen mit dem Raketenwerke nicht schlecht er hat den Keller noch bekommen das ist jetzt scheiße um naja 2 2 Akademie nicht gerade gut aber er kann nicht gehen aber ich habe es immer wieder wirklich immer verkehrt sich hier Prozent meine Fähigkeiten anzusehen ich glaube nur durch und versucht es geht es so dumm niemals machen Leute so Gegner und schon wozu und um da wurde oder spielte ich mal so krass geändert in Laubmann er gar nicht in den Fall zu guter Lauf an den Gäben so ein Eck die gerade doch niemals hat die Leute wirklich niemals und die Jörg fettig weil er war nicht der Geld wie gesagt ich bin ziemlich schlecht in diesem Spiel kann gar nichts ich versuche es einfach nur und aufzunehmen mache ich eigentlich nur aus Spaß Spaß an der Freude Leute das geht hier ab um 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 auf die Wand besuchen einzudringen ich habe ihn nicht doch mit dem Meer Er ist recht. Gegner. und schon Gegner Bruder soll wer hat es mal er hat sich da ein Maschinen gewährt bekommen ist der Entfernung geht akzeptabel dann geht man vor Einstellungen wo ist das denn Wollt ihr mich verarschen um ja ja sehr gut dort die Pfändigkeit zum Glück nicht mehr so brutal wie eben ist erkrankt er hat so letztlich spielen was geht hier im Abalter erhalter ein Kampf an 97er das mit Beiner ob wir schon die ganze Zeit nun zeigen und denke ich habe auf den Stein und Schieden mit dem Tank auf da haben wir auch sehr viele Chancen denn ein Raketenwerfer auf ein Tank macht in diesem Spiel kein muss man bestimmt dreimal aufschieben bis man hier eine Sache Schiffen bekommt ja kann Frank zweimal endlich ihr dämmig miteinander wünscht oh nicht gerade gut gerade naja Kadett neuer Titel nein mir war auch nur rum und denken so liegt nicht zu galten und natürlich hat ja ein Kampf an 99er Mann was ist das hier in Kampagne nur als zwei Jahre jeder 990er haben so unglaublich viele Chancen Leute das glaubte nicht wir haben so krass Chancen mit Einschüsse die Tod man kann ihn so gut gehen welche die Level 990 Alter das glauben die doch selber nicht ich hab nur auch in den König die Waffen kaufen die One-Shot machen Uhu er nimmt mit dem Spiel Geld ausgeben sorry Boss von den sorry die meine schon so eine drüber nicht 180 Euro die Spiel aufgeben er kommen an jetzt bitte schon will das war da muss was kommen Leute da muss was kommen nicht getroffen was bekommelt er sich eine Max das das geht doch ordentlich ab wieder zippt nie geht das hier ab wieder zippt das okay 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 Oh man, komm schon. Oh man, komm schon. Nein. Nein. Ey, hier immer dieser Level 26 und 20 und nicht deren Ernst. Meine Presse. Eine KD von 0375, Alter. 0,375. Nein, nein. Die Kämpfe hier drin in den Spiel, die gehen ewig lang, die hören nie auf. Was ich meine richtig geile Erneuerung finde. Ey Junge, das soll ich deren Ernst töten. Nein, hier haben wir drei Schüssen. So war gar nicht, den Namen merke ich mir auch. All so eine scheiß Sniper. Hier 80 Euro in einer Stunde ausgeben, um sich eine gute Waffe zu kaufen. Nee, Alter. So was muss ich mich eigentlich gar nicht abgeben. Gar nicht. Alter, soll ich dann erstmal das lassen von Elmer. Der schießt erstmal 80. Aus meinem eigenen Team bringt er mich um. Und was ist das für einer? Nee. So was. Ach, da ist ein, das ein Typ, das bestimmten Gegner mit Ohrmann-Kil bekommen. Level 6 Malpok. Nee, ein auf dem Team, Lachmacher. Ja, Mann. Sorry, Mann. Wollte ich nicht. Wollte ich ständig auch alle vor ein und denken, wenn gut. Fuck, Max. Wenigstens kriege ich gute IP. Gutes Team eigentlich. Weg. Warne kommt voran endlich. Eingerteidig. Oh, das schafft auch nicht nur die Spreng. Anaheinheit, die so geil sind, was schafft sie nicht, darüber zu sprechen. Also Sanitäter, die alle nicht wiederbelebenden dormische Feuer. Jeder einzelnen Zahn, Soldat zählt. Nein Mann Mann mal im Alltag Scheiße sieben Mann ist nicht gerade hoch und trotzdem ja danke dann kann man doch mal sowas muss sein müssen ein Sohn vor dem Leben das sind super und die Marke die Lippen und die Gegner sind das verstehe ich gerade nicht ein Stich auch gar nicht versteht man sich in den Spielen okay alles einzunehmen so dass die Gegner mit dem Sporn am ok und gehen um damit sagen an der Stelle machen im Schloss und wir sind in der nächsten Folge schau